So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ich bin Alexis und ich würde sagen, viel Spaß bei dem heutigen Sponsor-Werbevideo von meinem Sponsor. Ich würde sagen, das ist die alte Marke, aber das neue Logo kommt. Also das ist die alte Bestellung. Mir ist mittlerweile so schnell schon neue Namen genommen. Aber auf jeden Fall, ich packe das ganze Ding jetzt aus. Bei meinem Sponsor werde ich euch natürlich alles hier mit Logo markieren. Offizielle Partnerung und den Code ALIX, den könnt ihr natürlich 10% sparen und das Team und mich unterstützen. Ich würde sagen, wir packen das aus. Viel Spaß beim Video nach dem Intro. So, Freunde, ausgepackt ist es. Es ist nur ein Teil von vielen. Ich bekomme jetzt jedes Jahr einzeln anscheinend und es soll wirklich brauchen, bis alles zusammen ist. Ja, wir haben hier den Rucksack, den ich wirklich mir ausgesucht habe, weil ich einfach das Optische vom Weißen her richtig geil finde. Das Logo, was da drauf ist, auch sehr geil. Ich zeig's euch einfach mal. Hier haben wir einen Rucksack. Hier das schöne Weiße, das ist nicht zu weiß, das ist so ein silbernes Weiß mit schwarzscher Ernährung oben drauf. Hier haben wir direkt Werbung. Hier haben wir das schöne Loso Logo Bosco Black. Also was ich vom Optischen her sagen muss, der Rucksack hier, er gefällt mir ganz schlicht schwarz. Einfach Rucksack, hinten hat er nochmal so einen Reißverschluss hier, mit einer Tasche drin. Geil, finde ich geil, geil gemacht. Vom Optischen her, geiles Logo, schlicht gelassen. Oldschool, gutes Material, fühlt sich gut an. Ja, das ist er. Dabei gibt es irgendwann natürlich die Cappy, jetzt könnt ihr vielleicht mal ein bisschen sehen. Seht ihr, jetzt kann ich euch die Cappy ein bisschen besser zeigen. Das ist das Logo, vom alten Logo von meinem Sponsor. Auf dem Optischen her muss ich sagen, Freunde. Geile Cappy, steht mir natürlich nur, wenn ich natürlich in Zukunft meine Haare schneide. Aber wegen Corona ist es momentan so ein bisschen problematisch, ja. Das sind die zwei Sachen. Schickimicki, geiles Logo, schlicht und einfach. Ich würde sagen, Freunde, ich verabschiede mich hiermit, weil ich habe gerade die Buße eingenommen. Für mich geht das Training los. Weitere Klamotten erfolgen natürlich, deswegen wird das ein kurzes Video mit einzelnen Episoden, weil halt das aus Amerika kommt. Mein Sponsor ist halt nicht in Deutschland. Und deswegen, ja, amerikanischer Sponsor. Aber geile Klamotten, Freunde. Schaut mal nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, Anboxing bei einem neuen Sponsor. Ich werde es euch zeigen. Es kommen natürlich regelmäßig, im Monat kriege ich gratis Klamotten dazu. Deswegen seid ihr mal schön dabei am Ball. Und ich zeig euch, was es auch auf dem Markt gebaut ist. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.